ERA 2016. Vor zwei Wochen haben wir euch ja den neuen Crafter in Offenbach vorgestellt bei der Weltpremiere und jetzt lässt VW quasi noch mal die Katze aus dem Sack, nämlich hier mit dem E-Crafter hinter mir. Quasi Crafter als E-Modell. Ein paar technische Daten, die wir hier haben. Wir haben hier einen Elektromotor mit 100 kW, ist ein bürstenloser Gleichstrommotor. Wir haben 43 Kilowattstunden als Battery Pack Lithium-Ion. Reichweite ist angegeben mit roundabout gut 200 Kilometern. Also 208 Kilometer steht glaube ich exakt in den technischen Daten. Was eigentlich sehr cool ist oder zumindest sehr cool klingt, ist die Ladezeit. Man kann nämlich über Gleichstrom laden in 45 Minuten auf 80 Prozent wieder aufladen. Das kennt man ja, die Tesla Supercharger. Das ist im Prinzip die gleiche Technik, die man hier anwendet. Ja, was auffällt, was ich ziemlich cool finde, ist zum normalen LED-Tagfallig, wie die neuen Crafter das ja haben, hat man hier noch als Erkennungsserie der E-Modelle eine LED-Spange unten in der Schürze. Ich habe nachgefragt, es hört sich so an, als wenn es das auch in die Serie schaffen wird. Es soll ihn 2017 schon mal im Händler geben. Es wäre auch relativ sensationell aus meiner Sicht. VW begrenzt die Höchstgeschwindigkeit auf 80 kmh. Angeblich nicht, weil der Motor dann zu heiß wird oder die Batterien irgendwie überkochen, sondern man sagt einfach, okay, 80 kmh, dabei wollen wir das hier belassen, um die Reichweite eben auch in einen praxisgerechten Bereich zu setzen. Ja, Thema Laderaum. Das ist ja jetzt ein normaler Kastenwagen in dem Sinne. So ausgerüstet als Werkstattwagen, könnte man sogar irgendwie sich auf der Baustelle vorstellen als Servicefahrzeug. Und die Höhe des Laderaums, also der Laderaumboden ist so wie beim 4x4 oder beim Heckantrieb. Das heißt, da wo sonst die Kardanwelle läuft zu den hinteren Rädern, da ist jetzt der Platz genutzt, unter anderem für die Batterien. Das ist eigentlich ganz clever gemacht. Ich habe also gar keine Einschränkung im Laderaum durch die installierten Batterien. Und was man uns auch gesagt hat, wenn jetzt in Zukunft sich die Batterieentwicklung weiter fortsetzt, dass man auch in der Lage wäre, eben modular das 43 kW-Pack gegen einen 60 oder 80 kW-Pack auszutauschen, basierend auf der gleichen Technik. Sonst muss am Fahrzeug dann eigentlich nichts verändert werden. Und dann kann ich auch in Zukunft eben die Effekte der Entwicklung weiter nutzen. Ja, was mir sonst so am Fahrzeug hier auffällt oder was mir auch gut gefällt, ich habe hier jede Menge Leuchten im Dach. 15 LED-Leuchten, die das hier schön ausleuchten. Teilweise hat man ja bei dieser Klasse auch eher so Funzeln irgendwo im Dach, die das mehr schlecht als recht ausleuchten. Macht einen guten Eindruck. Ja, im Innenraum, der Innenraum beim eCrafter, da findet man hier Anleihen eben an die Elektromodelle wie der GTE bei VW aus dem PKW-Bereich. Blaue Ziernaht hier am Lenkrad, hier der Schaltsack mit blauen Ziernähten. Sieht schon sehr stylisch aus, was ich auch cool finde. Das haben die anderen aber auch gehabt in der Ausstattung. Das unten abgeflachte Lenkrad hat man sonst beim GTE mal gehabt oder auch bei anderen sportlich orientierten Autos. Wenn ich hier vor mir aufs Armaturenbrett gucke, ich habe rechts der Tacho. Ansonsten erkenne ich eigentlich keine alten Bekannten wieder. Die Tankanzeige ist jetzt die Ladezustandsanzeige. Hier sehe ich eine, ja wahrscheinlich ist das hier die Anzeige der abgerufenen Leistung. Da sehe ich auch den Charge-Bereich hier in grün, wenn er also rekuperiert. Sprich, wenn ich im Schiebebetrieb bin, dann fungiert eben der Motor als Generator und lädt die Akkus auf. Ja, ansonsten eigentlich cooles Fahrzeug und wenn das 2017 tatsächlich schon in Serie geht, dann sind natürlich auch die anderen Hersteller deutlich unter Druck, sowas auch mal für die Bereiche oder für die Anwendung im innerstädtischen Verteilerverkehr zu bringen. Denn wie gesagt, es ist emissionsfrei und eben auch nahezu geräuschlos, was ja die Belastung in den Innenstädten, Anwohner etc. auch deutlich senken wird. Wo wir keine Info zu haben, noch nicht, ist das Thema Preis. Wo liegt das Add-on für den umweltfreundlichen Antrieb? Werden wir euch zu gegebener Zeit eben auch noch informieren. Und die Frage, was haltet ihr vom neuen eCraft? Das schreibt uns in die Kommentare unten rein. Bauforum 24 TV – Construction in Motion Plan 2 – Plan 3 – Vielen Dank.